ich muss halt echt jetzt aufpassen, dass ich nicht grepiere. Vielleicht hat er gesagt, als wird tarnt. Oh, da kommt der andere, komm um die Kamera. Alter, wo kann ich das scheiß Klavier nochmal? Bei der Schlange? Nein. Boah. Da unten in die Schreibmaschine, das war ja jetzt da, wo der große Festsaal ist mit dem Kamin, nicht wahr? Mhm. Da hinten? Ich glaube, ich weiß, was ich vermute. Glaub ich. Wenn man es testen kann, dann nicht. Ja, das sowieso. Ich könnte mir vorstellen, dieser kleine, viereckliche Raum da. Nee, du musst ja berechnen, da war ja noch ein langer Gang mit dazu, so ein kleiner, wo ich doch den Schrank schieben konnte. Ach ja. Dann hier gibt's ja später die Symbole, das weiß ich noch. was weiß ich noch nicht, da kann ich noch recht sein. So. Das ist ja gut. Wie? Da kommt ein kleiner holgeraden? Oder? Theorieh dich gesehen. wo mache ich jetzt von der strom das ist ja keine fähigliche raum was sie gerade gemeint haben es ist ich Chris Rebecca das sohnte als Moonlight Sonata kann ich spielen? sie hat sich das beim durchgeschafft brauchen sie es nicht durch keinen Film was ist das? 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 nichts das ist das? es ist das? Was? 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 Das gefällt mir nicht. Äh... What? Wo bist du jetzt? Was? Hast du ein Schlüsselwasser jetzt benutzt? Ähm... Den... Wollen... Wollen... Ah! Die Küche! Wollen Sie mich das für viele Dinge abschalten? Ach! Der Strom ist nicht eingeschaltet, das gab aber Licht, weißt du? Das ist so sinnlos! Halt! Halt! Nimm den Deutsch! Ein Stück Fleisch und der könnte nachdenken. Okay, das war... ... 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 Herrmann. Unwärts. Ist der Raum jetzt clean? Ja. Der langer Gang ist clean. What? Was? Noch mehr Probleme. Juhu. Ich hab immer noch nicht diese scheiß Schottie. Oh, hier waren die Kappen. Was? Das Bild in der Form mit Armband, Halskirt und Krone. Was hast du denn da jetzt gemacht? Die Creme aufgeschreut? So in der Art. Und ich muss eh eh nochmal wieder rein. Das ist so ein scheiß Farm Rätsel. Da ist Geld. Da ist nicht mal Geld. Die Krone ist grün. Schau. Da ist Krone, da ist Buch. Einer Krone, ja dann hast du schon richtig. Die Halskirt war lila. Gut. Und das Armband war rot. Und die andere Seite. Und die andere Seite. Sperr. Oh, nice. Nö. Oh. Möglicherweise könnten die mit einem alten Schlüssel verwenden. Für Glück hatte ich einen alten Schlüssel. Für Glück hattest du den immer dabei. Dann kann ich die Maske wieder gleich hinpflanzen, wa? Wahrscheinlich genau deswegen, wa? Ja. Wollen sie jetzt auch schon so ein Zombie, Alter? Was ist denn für eine Maske, äh... Todorfmaske... ...Kund... ...Wissen. Ihr habt glaube ich auch schon mal, oder? Ohne Mund. ...Kund... ...Wissen. Huhu, da strict ein Flughaus! Lass uns warten, der Zamm ist da oben, Knuck. Nee, die Zamm ist hier oben. Wann, ich hab die Zamm ist da oben. Wieder hier. Nein, die Scheißkamera! So, wo war der letzte Autosave? Da gibt's kein Autosave. Stimmt, ja. Dann bitte laden und warten. So kurz vorm Ende eines Rätels. Ach ja, oh, wie war das jetzt noch? Oh, der ist hier mit den Holken noch. Ach nee, das mit dem Notenblatt. Okay. Da hab ich ja das Notenblatt aufgesammelt. Oh Mann, ey. Hey, jetzt weißt du ja, wo du hin musst und kannst die Hälfte des Weges sparen. Oder? Muss nicht mehr so im Kreis gehen. Oh Mann! Oh Mann! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Oh Gott, sie ist auch wieder da. Wir sind in ein paar Stunden tot und das ist mir doch egal, kann auch weiter tot bleiben. Willst du es mich lieber drunter halten, wenn du das mal wieder kündest? Ach den blonden Stern hast du ja auch noch nicht verwendet. Nein. Die Chemie in Italien kannst du aber dann gleich mitnehmen, dann spaß ich dir hier den Weg schon mit. Und die Kugel oben vielleicht gleich noch mal wieder reinrufen. Und dann könntest du auch noch mal das mit dem Blau-Stand zerriffen. Aber nee, das sollte ich nicht mehr da machen, wenn du die Schalte ja fast ne? Oder? Oh du warst doch gerade erst an der Treppe, du Stück Dreck. Meine Fresse, bleib doch einfach da, wo du bleiben sollst. Da wo man dich zuletzt zurückgelassen hat. Das lief so gut. Weil ich auch irgendwie keine weiteren Farbbänder mehr finde. Und die Wechsel, die schon wieder verpasst. Warte, konnte ich mal gucken. Äh, Zuschauer. Wo? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wie ist das denn? Da haben wir doch schön über die Zunge gefunden. Einfach mal dran. So ist Resi. Ich weiß nicht, das kann ein Scheißspiel sein. Ich weiß nicht, was das angeht. Was ist jetzt so? Deswegen hat die Zeile schon. Manni, ich renne doch zur Tür, Mann. Oh!